Hallo, mein Name ist Felix Klieser, ich bin Hornist und ich freue mich, dass ich meine erste Orchester-CD mit Hornkonzerten von Haydn und Mozart gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und Ruben Gazzarien aufnehmen konnte. Wir hatten jede Menge Spaß bei der Aufnahme und bei den Proben und das Orchester ist natürlich hervorragend für diese Literatur geeignet. Ich freue mich auch, dass wir das Repertoire in die Konzertsäle bringen und viele gemeinsame Konzerte haben. Da freue ich mich und ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss!